Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sly3 mit mir Zavex und in der letzten Spezialepisode wurden alle Maps abgehakt und damit auch alle Challenges und 100% das Spiel kompletisiert, aber nicht 100%ig für die Platin, denn da fehlt noch eine Kleinigkeit, die ich irgendwie etwas spät angefangen habe, nämlich noch ein paar Sachen kaufen, die man nicht mehr braucht, da man jetzt im Endeffekt alles fertig ist. Aber so, vollständigerweise und damit Platin auch unser ist, muss das noch dazu kommen. Außerdem gibt es noch ein paar Bonus-Videos, was dieses Spiel uns da bereitstellt, welche wir natürlich auch unbedingt uns angucken wollen. Also, ich schon, das wird sicher voll knorkel. Okay, und erstmal müssen wir dafür, damit der Rest gekauft wird, in irgendeinem kleinen Shop, in den hier Geräte-Zu-Kaufin-Dings gehen, um den Tiffnet, denn dort gibt es noch ein bisschen was. Äh, einfach ein bisschen Geld farmen, am besten bei den Piraten, entweder, wenn man das mit den Schiffen mag, mit den Schiffen ein bisschen rumschießen und ein paar Schiffe versenken spielen, dann kriegst du richtig viel Geld. Alternativ, einfach, genauso bei diesen Piratentypen, einfach immer die Portemonnaies klauen und immer am besten bei den großen, dicken, denn die geben immer mehr Geld als die kleinen, dann einfach ein bisschen was machen. Nehmen bei ein bisschen Fernsehkugeln und dann läuft das und dann hat man das Geld. Leider gibt es ja hier in dem Teil nicht mehr irgendwie große Schätze wie im zweiten Teil, was ein bisschen schade ist, deswegen kommt man etwas schwerer an Geld ran, wenn man diese Schiffe nicht mag. Aber nun kommen wir jetzt zum Kaufen von Wahnsinnsschlag. Kein Ding, und die Wutbombe gehört auch uns und die Reduktionsbombe sollte auch kein Problem sein. Und damit haben wir dann ja schon ein bisschen tolle Sachen gekauft. Der rasende Inferno-Flop sollte auch unser sein. Die geben alle ganz super krasse Sachen, die, naja, ich nicht benutzt habe. Dann noch der diabolische Feuerkracher, der klingt gefährlich, der ist aber auch unser. Dann gibt es noch den schönen Schattenkraftstufe 2. Natürlich kaufen wir uns die, aber warum auch nicht? Pinkfarben der Mary haben wir freigeschaltet. Und Riachis Wohlwollen. Das ist ja auch nett. Also so, haben wir schon mal zwei weitere Trophäen auf unserer Seite. Gibt es noch ein bisschen, was wir kaufen? Zum Beispiel Drehangriffsstufe 3. Die gönnen uns auch uns. Schön. Können wir machen. Sprungangriffsstufe 2. Jo, warum nicht? Toller Wirbelwind. Ist jetzt auch unser. Schön. Jetzt haben wir, glaube ich, alles Nötige für die Platin. Ja? Nein? Vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Oder kommt er noch? Oder muss man noch was kaufen? Ah, dann kaufen wir noch den Sprungangriffsstufe 3. Das ist ja, was ist ja Ehrensache. Stoßeingriffsstufe 2 steht natürlich auch noch aus. Ah, Tritt um dich. Und wahre Ehre. Nun, nun haben wir die Platin wirklich. Einfach ein bisschen kaufen. Ist ja 12.000. Ist ja fast nix. Dann kaufen wir noch Stoßeingriffsstufe 2 aus Prinzip und Stoßeingriffsstufe 3. Auch wenn man es nicht braucht. Eigentlich braucht man gar nicht so viel Geld. Man muss nur wissen, was man kauft. Dann kann man sich auch um die Hälfte reduzieren. Aber nun haben wir alles. Benutzen wir nicht, aber wir haben alles. Oder habe ich ja richtig gut getimt. Und damit wäre das auch erledigt. Und wir können uns wieder ins Spielmenü begeben. Ja, ich will wieder ins Spielmenü-Spiel. Den? Nachdem das erledigt ist, gibt es da noch ein bisschen was. Was ich hier, der Anfang vom Ende, da befinden sich die Bonusfilme. Die sich verstecken oder freischalten, wenn man gewisse Episoden geschafft hat. Wenn man alle Episoden schafft und 100% macht, dann hat man alles. Also auch alle Bonusfilme. Und man kann sich die dann angucken. Und das sind insgesamt 4 Stück. Und die Credits, die man nicht angucken sollte, denn die kann man nicht abbrechen. Wir beginnen mit dem ersten Film. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war ein ganzes Casino, so dass die Kooper Gang pullet ihr ein heist. Das sind die smartesten Guards ever. Ich weiß. Aber sie stand in den Tension. Sly attacks sie, und sie sind sehr present, emotional. Ich liebe dieses Kapo, weil es die Fine Sucker Punch tradition ist, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. So we're now back at Slide 1. I love, we kept the same Bentley from the very first voice experiment. Oh my gosh. Climb move. Awww. Man. Yeah. If you ever wanted to plench the character in the face more. That would be it. Bentley's a pretty interesting guy, the voice of Bentley. He's a friend of the felony office. He worked in a record store down the street from me. It'd be nice to go in and get a recommendation on an album. And he end up being the voice of Bentley. Yeah. Well it'll give you record recommendations in the Bentley voice. I think you want the one. Two show staff. That makes sense. Oh look at this. Dancing cats. Nothing says video game good times. Dancing inanimate. Well I guess it is animate if it's dancing. I can't listen to this CD anymore. So this is the same level we're just looking at. Just in a obviously much more primitive form. Look at the animations. Oh yeah. So I looks like he's got a problem. Yeah. What's his deal? If you saw somebody in real life running like that, what would you assume would happen to them? Um. Hmm. I'm thinking burn victim. Back injury? Fused spine? Fused spine? Oh yeah. We didn't have the cell borders on Sly. No. Sly's cane could transform into many unique devices. Including this fabulous number which would allow you to see an invisible maze. So amazing. And at least it was so bad in the terms to put this in the game. This level went through its power development. Everybody in Office touched it. At least once. Yeah. It's funny that parts of this level actually did ship in Sly 1. Probably. Sly versus the huge pistons. Why is Sly always evading large machine parts? If I ever get rich I'm going to hide all my money around. Huge moving parts. With an open fire pit. Yeah. Lone to fire right near my holding paper cat. Oh. Check out that dynamic move. Actually it's interesting. This is a really really old movie but Sly's still doing those cane swings off of us. Yeah. Was that where you came up with the idea for the cane in the first place? No. It was more of a question mark. Because he's a raccoon of mystery? Which is clearly evident in this video. Who is that masked character swinging on the glowing? The thing that I kind of wish that we didn't get rid of was the original idea was that Sly's eyes should always be able to see them even in the dark. So like you'll see here when he turns around, if he ever turns around again, how his eyes pop out. Yeah. Oh remember that checkpoint with the Sly logo on it? We had a lot of arguments internally about whether or not there would be Sly iconography in the world that belonged to the boss. Yeah, yeah, totally. It would feel more like stealing if you didn't run across stuff that belonged to you. That belonged to you, yeah. He's made it in. I like that most of our conversations internally are about what would make it feel more like thieving or being a thief. At this point I think we're pretty aware of what it takes to be a thief and if we lose our jobs... We got another line of work. Yeah, we got it. Our second career is all lined up. Oh, the freeze fish. Oh, yeah. Oh, yeah. Like it made sense that we wanted Sly to be able to freeze things that clearly recognize everything. Yeah, well we got a note, right? Like players will not know that they can freeze water so they should need something iconic. Who doesn't want to freeze a fish? Oh, the crab takes it again. I like that we made the NPC orange so that you can't tell from where he is on the floor. Oh, right. So orange NPC on an orange fly for him. That's part of his cunning camouflage ploy. Totally. If anyone asked, it was completely to make the NPC look extra smart. Money popping up out of holes. It's so interesting seeing the character with that. I really like that whole thing where the money would fly like butterflies into your pack. It's pretty, you know, sort of surreal. Yeah. But it's rewarding. Yeah. Didn't we have problems using green money because it wouldn't localize into different countries? It truly illustrates a problem globally that we have different colored money. The video game industry would really benefit from one colored. Oh, the underwater approach. The underwater approach. You'll notice that's the same fish that was the freeze fish. You just kept using it. Slap. Oh, yeah. You can change the wings on the underwater vehicle to go through different openings in the cave. If I remember correctly, Raleigh's level was supposed to entirely be underwater. Yeah. Yeah. That was going to be our first level of the game. Yeah. Underwater because it was going to be easier to do it that way. Yeah. Oh, man. Oh. Very intense. This is amazing. This whole sly is good. Was this PC? I don't know. You know, frankly, like, I've blocked this sly out of my memory. As far as I'm concerned, the sly we know today kind of sprang up fully formed. He's, like, got boxing gloves on and big clown shoes. Clown feet. Yep. Oh, but check it out. He's a dynamo in action. Wow. What's that up head? Stairs. Oh, yeah. Yeah. Video games are all about, like, fantasy fulfillment. And here, we're fulfilling the fantasy of ascending a blue staircase. But watch out, kids. There's lava up ahead. You know, I never really noticed that sly's in a lot of caves in these demos. Oh, there's all those stretched textures. Careful. Careful, sly. Yeah. Careful, sly. Don't trust ambiguously shaped objects. Dev, I don't know if you know it, but orange means lava. Lava. Totally. Lava is bad for video game characters. In a video game? Yeah. It is. At least in most video games, that's the case. However, in our game, we decided that it didn't hurt sly at all. Oh, my goodness. Oh, yeah. So, he could run in lava. Yeah. Whereas the modern sly, he can't swim. Totally. Totally. But he can run in lava. It's the clown shoes. Completely. He used to be a lot tougher. Yeah, he did. Is what this video tells me. Yeah, it's an impressionistic painting. It's a Dutch masterpiece. I kind of miss the Sucker Punch era of rolling lava rocks. I feel like that was a real staple for us. Yeah. Not too thiefy though. Not too thiefy, no. Oh, the big guy. The original. The progenitor. Look at that mean, bruh. Cool. A few beginning impressions of how Sly was created and how the development went forward. He commented by two developers. It's interesting. It has something. Und... Ha... Die haben es wirklich deutlich richtig geil gemacht. Als wenn man so gewisse Mechaniken da sah, was da alles so rausgenommen wurde und verändert wurde. Das ist echt cool. Was da raus geworden ist. Später, ab Teil zwei, haben die dann ja viel mehr Open World und nicht mehr diese einzelnen Level gemacht. Das ist ein ganz schöner Umbruch gewesen, aber ist auch cool. Alles ist cool. Ich mag Sly. Und jetzt kommen wir zu Dimitri. Noch einem Dimitri-Video, so wie es scheint. Oh Gott. Show your bling and let me shine you. Let's dance. Der hat voll den Beat, man. Aha. Was ist? Oh yeah. Yo yo. Sly 3. Super geil. Wollt es euch, wenn ihr es nicht habt. Ansonsten habt ihr es eh gesehen. Und ich riech's euch so weit noch irgendwie gefallen. Mit dem Dimitri und allen anderen. Oh yeah. Das ist super geil. Und das ist super geil. Oh yeah. Der hat voll den Beat drauf, man. Und ich hoffe, es hat euch irgendwie irgendwas gefallen. Und wir hoffen, wenn ich es mit Sly 4 geht's direkt weiter. Nach der Trilogie von einem anderen Entwickler. Aber mit Zeitreisen. So wie es schon angekündigt wurde. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ich auch. Und dann haben wir noch wieder Beat. Und ich weiß, ich hab schon mitbekommen, Dimitri ist wieder da mit dabei. Und dann kannst du ja nur noch Smoothie werden. Und das ist einfach geil. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Auch die Specials und so weiter. Ich würde sagen, ich bin Sarvex. Und ich bin raus. Und wir hören uns noch den Beat an. Yeah. dude da mit. you picking up on what i'm throwing down